ihr habt gerade gesehen was uns oft auf rumänischen straßen passiert es ist sehr traurig der kleine mann liegt jetzt hier hat es nicht geschafft wir bitten euch noch mal eindringlich darum kastration bedeutet leben retten so was muss hier nicht passieren so was können wir im vorfeld verhindern unterstützt uns bei unserer aktion kastrieren rettet leben